Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Du willst deine Tinnitus beseitigen, das ist wunderschön. Jetzt gebe ich dir die erste Information zu wissen. Tinnitus einfach zu beseitigen, eine Behandlung per se zu machen, ist es unmöglich, weil der Tinnitus ist so unterschiedlich. So ist dieser Krankheitsbild auch sehr vielfältig. Jeder hört eine andere Frequenz, manche haben Pfeifton, manche haben Sausen oder Rauschen. Jeder hat eine andere Geschichte, manche haben mit Hörsturz oder ohne Hörsturz oder mit Hörbeschädigung. Also wir müssen ganz genau schauen, was ist deine Geschichte, wie ist das passiert, seit wann hast du Tinnitus und so weiter. Am besten, wenn du mir ein E-Mail schreibst, deine Geschichte ein bisschen so schilderst, was ist dein Problem, wo und wie kann ich dir helfen. Ich werde dich helfen, dass du deine Lebensqualität wieder verbessern kannst, weil das ist kein Zustand, das sage ich dir, weil ich weiß, wovon ich rede. Also in diesem Sinne, melde dich einfach. Ich habe Zeit für dich, ich werde antworten, wenn ich nicht gleich sofort antworten kann, ein bisschen Geduld. Aber ich bin dabei, ich helfe dir und ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Tschüss.